Willkommen zu unserer neuen Italienisch-Lektion. Heute werden wir uns darauf konzentrieren, wie man Verben im Präsens konjugiert. Zuerst stellen wir das Verb vor, gefolgt von einem positiven Satz, einem negativen Satz und schließlich einer Frage. Lass uns beginnen. Gehen Andare Ich gehe ins Kino. Wado al cinema. Ich gehe nicht ins Kino. Ich gehe nicht ins Kino. Gehe ich ins Kino? Vado al cinema. Essen. Mangiare. 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 Sie isst Frühstück. Lei mangia la colazione. Sie isst kein Frühstück. Lei non mangia la colazione. Lei non mangia la colazione. Ist sie Frühstück? Lei mangia la colazione. Lei mangia la colazione. Trinken. Bere. 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 Er trinkt Kaffee. Lui beve Kaffee. Lui beve Kaffee. Er trinkt keinen Kaffee. Lui non beve Kaffee. Lui beve Kaffee. Trinkt er Kaffee? Lui beve Kaffee. Lui beve Kaffee. Lesen. L'Eggere. 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 Sie lesen Bücher. L'Eggere. 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 Lesen Sie Bücher? Schreiben Wir schreiben Briefe. Wir schreiben keine Briefe. Wir schreiben keine Briefe. Noi scriviamo Lettere. Noi scriviamo Lettere. Spielen Giocare Du spielst Fußball. Tu giochi a calcio. Du spielst keinen Fußball. Tu non giochi a calcio. Spielst du Fußball? Tu giochi a calcio. Schauen Guardare Guardare Ich schaue Fernsehen. Guardo la tv. Guardo la tv. Ich schaue kein Fernsehen. Schaue ich Fernsehen? Guardo la TV. Hören. Ascoltare. Sie hört Musik. Sie hört keine Musik. Sie hört die Musik? Sie hört die Musik? Sie hört die Musik? arbeiten. Lavorare. 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 Er arbeitet jeden Tag. Lui lavora ogni giorno. Lui lavora ogni giorno. Lavorare. 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 studieren studiare Sie studieren Englisch. Sie studieren kein Englisch. Loro non studiano Inglese. Loro non studiano Inglese. Studieren Sie Englisch? Loro studiano Inglese? Loro studiano Inglese? gehen camminare camminare Wir gehen zur Schule. Noi camminiamo a scuola. Wir gehen nicht zur Schule. Wir gehen nicht zur Schule. Noi camminiamo a scuola. Noi camminiamo a scuola. cochen cucinare cucinare Du kochst Abendessen. Tu cucini la cena. Du kochst kein Abendessen. 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 Kaufen 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 Ich kaufe Ich kaufe Lebensmittel. Compro la spesa. Compro la spesa. Ich kaufe keine Lebensmittel. Non compro la spesa. Non compro la spesa. Kaufen ich Lebensmittel? Compro la spesa. Compro la spesa. Lieben Amare 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 Sie liebt Katzen. Sie liebt Katzen. Lei ama i gatti. Sie liebt keine Katzen. Sie liebt odiare 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 er hasst Hausaufgaben lü i odiare 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 i compiti Er hasst keine Hausaufgaben. Lui non odia i compiti. Hasst er Hausaufgaben? Lui odia i compiti. Brauchen. Avere bisogno. Sie brauchen Hilfe. Loro hanno bisogno di aiuto. Loro hanno bisogno di aiuto. Sie brauchen keine Hilfe. Loro non hanno bisogno di aiuto. Loro non hanno bisogno di aiuto. Brauchen Sie Hilfe? Loro hanno bisogno di aiuto. Loro hanno bisogno di aiuto. Wollen. Volere. Wir wollen Eis. Noi vogliamo il gelato. Wir wollen kein Eis. Noi vogliamo il gelato. Noi vogliamo il gelato. Noi vogliamo il gelato. Noi vogliamo il gelato. Sehen. Vedere. 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 Du siehst den Vogel. Du siehst den Vogel. Vedere. 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 Tu vedi l'Uccello? Hören. Sentire. Ich höre ein Geräusch. Sento un rumore. Ich höre kein Geräusch. Non sento un rumore. Höre ich ein Geräusch? Sento un rumore. Sento un rumore. Sagen. Dire. 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 Sie sagt Hallo. Lei dice Ciao. Sie sagt nicht Hallo. Lei non dice Ciao. Sagt sie Hallo? Lei dice Ciao. Erzählen. Raccontare. 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 Er erzählt eine Geschichte. Lui non racconta una storia. Erzählt er eine Geschichte? Lui racconta una storia. Machen Fare Sie machen einen Kuchen. Loro fanno una torta. Sie machen keinen Kuchen. Loro non fanno una torta. Loro non fanno una torta. Machen Sie einen Kuchen? Loro fanno una torta. Mögen Piacere Wir mögen filme. Wir mögen keine filme. Wir mögen filmen. Wir mögen filmen. Ci piacciono i film? Lieben Vivere Du lebst in Rom. Du vivi a Roma. Du lebst nicht in Rom. Du vivi a Roma. Lebst du in Rom? Du vivi a Roma. Fahren Guidare 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 Guido 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 nehmen prendere Sie nimmt den Bus. Sie nimmt den Bus nicht. Sie nimmt den Bus. Sie nimmt den Bus. geben dare Er gibt ein Geschenk. Lui da un Regalo. Er gibt kein Geschenk. Lui non da un Regalo. Lui non da un Regalo. Gibt er ein Geschenk? Lui da un Regalo. Lui da un Regalo. Lui da un Regalo. finden trovare 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 Sie finden einen Schlüssel. Loro trovano una chiave. Loro trovano una chiave. Sie finden keinen Schlüssel. Loro trovano una chiave. Loro trovano una chiave. Loro trovano una chiave. Loro trovano una chiave. helfen aiutare 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 Wir helfen unseren Freunden nicht. Non aiutiamo i nostri amici. Helfen wir unseren Freunden? Aiutiamo i nostri amici. Schlafen. Dormire. Du schläfst gut. Tu dormi bene. Du schläfst nicht gut. Du non dormi bene. Schläfst du gut? Du dormi bene. Treffen. Ich treffe meine Freunde. Ich treffe meine Freunde. Ich treffe meine Freunde nicht. Ich treffe meine Freunde nicht. Ich treffe meine Freunde. Ich treffe meine Freunde. Bringen. portare Sie bringt ein Buch. Sie bringt kein Buch. Sie bringt ein Buch. Bringt sie ein Buch? Sie bringt ein Buch. Sie bringt ein Buch. singen cantare Er singt ein Lied. Lui canta una canzone. Er singt kein Lied. Lui canta una canzone. Lui canta una canzone. Singt er ein Lied? Lui canta una canzone. Lui canta una canzone. Lui canta una canzone. Loro ballano insieme. Sie tanzen nicht zusammen. Loro ballano insieme. Loro ballano insieme. Loro ballano insieme. Lernen. Lernen. Imparare. 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 l'inglese. Lernen. l'inglese. l'inglese. Lernen wir englisch? Lernen wir englisch. 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 Du non insegni Mathematica. Unterrichtest du Mathematik? Tu insegni Mathematica. Öffnen. Apriere. Ich öffne die Tür. Apro la Porta. Apro la Porta. Ich öffne die Tür nicht. Non apro la Porta. Öffne ich die Tür? Apro la Porta. Apro la Porta. Schließen. Chiudere. 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 Sie schließt das Fenster. Sie schließt das Fenster nicht. Lei non chiude la finestra. Lei non chiude la finestra. Schließt sie das Fenster? Schließt die Tür nicht. Lei chiude la finestra. Anfangen Iniziare Er startet das Auto. Lui avia la máquina. Lui avia la máquina. Er startet das Auto nicht. Lui non avia la máquina. Startet er das Auto? Lui avia la máquina. Lui avia la máquina. Beenden Finire 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 Sie beenden die Arbeit. Loro finiscono il lavoro. Loro finiscono il lavoro. Loro Loro finiscono il lavoro. Loro finiscono il lavoro. Loro finiscono il lavoro. Loro finiscono il lavoro. Loro finiscono il lavoro.